Viele Unternehmen in Deutschland leiden derzeit unter dem Fachkraftmangel und das wird in Zukunft nicht besser werden. Eine Option für diese Unternehmen wäre es, Mitarbeiter im Ausland zu finden, was natürlich nicht einfach ist, wenn man in den entsprechenden Ländern keine Niederlassung hat. Da kommen wir ins Spiel. Wir bei SafeCard Global können euch dabei unterstützen, qualifizierte Mitarbeiter im Ausland zu finden, sie dort anzustellen, sie dort zu bezahlen, sie dort langfristig zu betreuen und dafür zu sorgen, dass sie 100%ig compliant bleiben.